Drehbare Sternkarte, vor allem auch für Schüler, die einen Astro-Kurs haben. Ich ignoriere jetzt erstmal diesen Zeiger, schaue mir nur diese drehbare Plastikscheibe an. Heute ist der 12. Oktober und ich möchte wissen um 22 Uhr, welche Sterne da sichtbar sind. Dann drehe ich die 22 Uhr auf den 12. Oktober und dann habe ich schon mal die Scheibe richtig eingestellt. Dann sehe ich nämlich im nächsten Schritt, welche Sterne, das sind alle Sterne, die hier drin sind, die werde ich um 22 Uhr sehen. 22 Uhr, Winterzeit, da muss ich noch eine Stunde umrechnen. Und die Sterne eben nicht, die sind unterm Horizont. Wenn ich weitergehe von 22 Uhr auf Nacht zum 2, muss ich es in diese Richtung drehen. Das heißt jetzt so Steinbock ist um 22 Uhr sichtbar und dann wenn ich weitergedreht habe, ist er unterm Horizont. Das heißt nicht mehr sichtbar, an der Stelle gehen die Sterne unter und an der Stelle gehen die Sterne auf. Manchmal wird gefragt, um wie viel Uhr geht es unter, dann muss man eben so lange drehen, bis ein Sternengraut so sichtbar ist und dann beim Oktober, also Oktober und die Uhrzeit, hier ist kein Oktober auf der anderen Seite, also den 12. Oktober dann ablesen, welche Uhrzeit man da gerade hat. Dann hat man Auf- und Untergangszeiten. Das in der Mitte ist interessant. Das ist nicht genauer. Wenn ich das Ding hier so drehe, stelle ich fest, dass alles, was sich in dem Kreis befindet, immer sichtbar ist. Die Sternkarte gilt für 50 Grad nördliche Breite, nicht in Finnland und nicht in Südafrika. Aber für uns gilt, dass die Sterne jede Nacht sichtbar sind. Und da ist der berühmte große Wagen und wenn man den verlängert, kommt man zu dem Knopf und das ist der Polarstern. Um den dreht sich alles scheinbar rund um. Und ich finde, Cassiopeia kann man auch, so ein Himmelswehe, das kann man auch sehr schön sehen. Und die sind immer zu sehen. Okay. Oh, ah ja, das noch. Hier ist ein Z, das Ding da. Das ist der Zenit. Das heißt, wenn die Karte so eingestellt ist und ich gucke senkrecht über mich hoch, dann ist genau der Stern zu sehen. Also der Polarstern ist nicht im Zenit, der ist ein bisschen schräg und das ist über mir. Jetzt die Koordinaten. Also bei der Erde gilt ja hier die Breitengrade. Also da habe ich jetzt 0 Grad und wir oben sind hier in München bei 48 Grad. Dann gibt es Längengrade. Greenwich hat 0 Grad Länge und wir sind so bei 11 Grad. Und das Gleiche auch für die hinteren Sterne. Also das, was man so leicht sieht. In der Mitte denken wir uns die Erde und diesen Äquator verlängern wir auf den, den projizieren wir auf die Himmelsscheibe. Und dann haben wir einen Winkel von, das nennen wir hier so, Delta gleich 0 Grad. Das ist der Breitengrade. Und dann gibt es hier die Breitengrade und an der Stelle auch Längengrade. Und bei diesem Plastikteil, da ist sogar, das sind diese Längengrade. Also hier ist einer, der ist 0 und die sind mit Gradmaß. Aber auf der Scheibe sind die Längengrade mit Stunden. Ist der Alpha-Winkel von 0 bis 24 Stunden angegeben. 24 ist 360 Grad. Ungewohnt finde ich aber ganz gut, weil man die zwei dann nicht verwechselt. Der Stundenwinkel ist immer der Längengrad und der Delta-Winkel, dieses Delta, das ist immer der Breitengrad. Und die erkläre ich jetzt hier. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Stern in Arctur. Und jetzt verwende ich diesen Zeiger und sehe bei Arctur, dieses plus 20 Grad, Delta gleich plus 20 Grad, das ist die Breite. 0 Grad, das ist der Himmelsequator. Also hier ist die Verlängerung vom Himmelsequator. Die Sonne läuft hier irgendwo. Genau, es kommt später. Und hier, das ist Alpha, ist 14.12.14, genau, nichts da, so 14.12 Uhr. Zwei Winkel, zwei Koordinaten. Die Entfernung von Arctur interessiert uns jetzt nicht. Noch ein Beispiel, damit es auch klar ist. Ich habe hier Sternbild Rabe. Delta gleich minus 20 Grad. Das ist eben Süden, also unterhalb vom projizierten Himmelsequator. Und der Alpha ist in dem Fall 12.20, 12.20 Uhr. Mit den zwei Koordinaten gucken alle Menschen der Erde in exakt die gleiche Richtung. Jetzt kommt, ja, die Planeten sind nicht eingezeichnet. Also wenn man hier guckt, sämtliche Sterne, aber keine Sonne, keine Planeten. Also wo ist Jupiter? Weiß man nicht, Saturn. Weil die ja jede Nacht so leicht ihre Position ändern. Deswegen gibt es so Tabellen. Die waren früher sehr wichtig. Jetzt hat man das mehr so zum Spaß und schaut im Internet nach. Da brauche ich das Jahr 2015, dann den 1. Januar und dann ist der Merkur beim Alpha-Winkel von 1944. Und der Delta-Winkel von minus 23,5 Grad. Ja, und am 6. Januar hier und am 11. Januar hier. Und dann weiß ich, wo finde ich am Sternenhimmel meinen Planeten Merkur. Die Erde ist ja hier und das ganze Planetensystem bis auf Pluto ist ziemlich gut eine Scheibe. Das heißt, wenn ich von der Erde aus zum Polarstern schaue, werde ich keinen Planeten sehen. Kein Mond, keine Sonne, keine Planeten, keine Kometen, nichts. Und wenn ich runter schaue zum Kreuz des Südens, auch nichts. Das heißt, das ist alles so in dieser Ebene. Diese Ebene ist eine besondere Ebene. Das ist hier dieses Gestrichelte. Man nennt das Ekliptik. Also das ist die Bahn der Sonne. Und weil alles ungefähr eine Ebene ist, sind die Planeten, befinden die sich auch immer alle ungefähr so auf der Ekliptik. Nicht am Himmelsäquator, sondern so schräg dazu. Und genau hier nochmal. Und die ist, das ist dieses Rote. Das heißt, die Sonne läuft die rote Linie entlang, die Ekliptik, und die Planeten sind in der Nähe. Ich werde Planeten finden bei Zwillinge, Stier, Fische, Wassermann. Ich finde niemals ein Planeten in der Eidechse. Und eben diese Sternenzeichen, Tierkreiszeichen, die kennt man. Und es wird auch niemals der Mond im großen Wagen zu finden sein, sondern immer entlang dieser Ekliptik. Und mit der Sternkarte kann ich feststellen, wo sich die Sonne genau befindet. Also wir sind heute wieder am 12. Oktober. Und den gibt es zweimal, den 12. Oktober. Der 12. Oktober, den habe ich hier eingestellt. Also das da außen ist die wahre Sonne. Und dann gäbe es den 12. Oktober nochmal hier. Das ist, weil die Sonne macht keine präzise Kreisbahn. Deswegen ist es leicht verschoben. Aber wenn man hier den Zeiger minimal falsch einstellt, da tut sich nicht viel. Das ist kein Problem. Und am 12. Oktober, also wenn ich den hier richtig eingestellt habe, auf der Ekliptik, dann befindet sich hier die Sonne. Die hat jetzt hier ungefähr minus... Also die Sonne ist bei Delta gleich minus 8 Grad. Wenn man da mal rundum geht, wird man feststellen, dass dieser Delta-Winkel der Sonne zwischen minus 23,5 Grad und plus 23,5 Grad hin und her geht. Das hat eben mit der Ekliptik zu tun, also mit der Bahnneigung. Das wäre auch eine schöne Astro-Frage. Und niemals bei plus 50 Grad ist. Interessant ist, die Sonne befindet sich hier im Sternbild Jungfrau und da unten steht Waage. Das da unten ist die Astrologie und das ist, wo die Sonne sich wirklich befindet. Also vor 2000 Jahren wäre die Sonne irgendwo hier gewesen, aber die Rotationsachse der Erde macht eine sogenannte Präzessionsbewegung, wie ein Kreisel, der ein bisschen wackelt. Wir wackeln in 26.000 Jahren so einmal rundum und deswegen ist die Sonne nicht mehr da, wo Astrologen sie vermuten. Ich habe dann recherchiert in einer Fachzeitung und stelle sogar fest, dass Waage und Jungfrau eine schwierige Kombination sind. Also in der einzelnen Person ist es eine schwierige Kombination. Das stellt mich vor ein Rätsel. Aber jetzt kann jeder hier den Geburtstag eingeben und kann an der Stelle so sehen, wo befindet sich die Sonne, wo befand sich die Sonne zum Zeitpunkt meiner Geburt wirklich. Was bin ich also astronomisch für ein Sternbild und hier unten sieht man, was bin ich astrologisch für ein Sternbild. Und der kann selber darüber nachdenken, was er daraus für Schlüsse zieht. Aber was jetzt verstanden sein sollte, ist so diese zwei Koordinaten, also der Breitengrad, Delta und die Rektastension nennt man den Stundenwinkel. Deklination nennt man diesen Winkel, diesen Delta ist Deklination, Rektastension. Und genau, mehr ist nicht dabei.